Na, ihr ganz vielen kleinen geilen Leute? Ja, wo sind wir denn? Oh, oh ja, bei Pokémon-Mo. Pokémon-Mo. Bei Pokémon-Mo, oh. Ich hab kurz mit englischen Typen verhorscht. Wenn ich nächste Leiter runtergebe, nutze ich mein zweites 100-Schritte. Rocktime! Ich hab kein zweites mehr, ich hab nur eins gekauft. Aber warte, ich will mir jetzt mal eben die Attacke durchlesen, bevor ich sie gleich anwenden, dass es dann irgendwie Explosion ist. Ähm... A Grown Sack? Power 1. Grown Sack? Achso! Okay, wenn ich's... Wenn ich's grad richtig... Was heißt Offer? Ich spiel da nicht der Beste in Englisch. Was heißt Offer? Offer? Ja. Oder in welchem Zusammenhang? Okay. Nein, in welchem Zusammenhang? Fick dich! Winkig. Winkig! Ich hab' Monstein! Ah, von dem Typen, glaub ich, gerade. Ja, warte. Ich flieh grad mit ihm aus. Wenn ich den nächsten Kampf habe, bin ich weg und benutze es. Ne, ich bin schon in den nächsten Etage. Ach so, hi. Ich schwöre, fick dich. Hä? Hä? Ich bin dem Rocket ausgewiesen. Ne, werd ich nicht machen, ich werd dich nicht. Ich weiß, ich wollt doch nicht mehr mal ausspeichen. Pokéball. Revive. Was für Belebe hab ich gefunden? Hey, Rocket. 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 Törmenmaus. Maus. Du hast, du hast gar keine Maus. Ach so, die Computermaus. Es ist ne Ma... es ist ne Törmer. Soll ich ne Maus? Da taucht's hier? Ja, unser Hund ist auch von Rocket. Ich hab ne Saun. Ihr wartet, ich hör dich grad gar nicht. Ähm... Mensch zu... Da haben mein Hundes von Adidas. Hä? Das ist ne Maus. 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 Und dann kannst du dich mal vorstellen. Oder wenn du... ...und dann... ...und dann... ...und dann... Da weiß ich jetzt, wo gut gelevelt ist. Ähm, ist der Heck? Nein, ich benutze es noch nicht. Ich gehe einfach den Kämpfen auf den Weg. Oh, weißt du? Nein, ich meine, ich gehe immer auf Run. Wollen wir gleich noch mal einen Kampf gegeneinander machen, wenn wir das nicht erreichen? Ja. Oh Gott, ich bin so weit gekommen. Bitte lass mich nicht einschlafen. Sing! 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 Mann! Was ist das denn für eine Attacke? Sing! 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 Oh nein! Ich stehe vor so einem Pokémon, lässt sich einschlafen und benutzt dann die ganze Zeit Harden. Genauso wie in einem Doppelteam. Jigglypuff schläfst dich ein. Daneben ist ein Saftgum, was die ganze Zeit Harden macht. Ne, so eine ganz neue Attacke. Da ist dann Baden. Und Baden ist dann Harden auf zwei Leute. Oh Mann! Wird so kotzen. Ja. Und dann wachst du einfach auf, kannst den einmal attackieren und der verliert einfach so ein Dreiviertel und dann schläft er wieder bei der einen und dann machen die die ganze Zeit weiter mit Harden. Ja. Und dann hat der rotes Leben dann. So irgendwie nur aus 2%. Halt! Halt! Halt dran! Genesung! Hallo! Hallo! Unbedingt aus der Höhle raus. Ja, ich glaub wir sind gleich draußen. Also mein Geodude, also mein Deluxe ist bei Level 8. Mein Geodude ist Level 10. Verdammt. Nerd. Nein, ich wollte nicht meinen Sand Attack benutzen. Ach egal. Ich werde schon sterben. W-Fuck! Was ist das? Ah, jetzt verstehe ich, was äh... Sand Attack bewirkt. Deine Attacken. Äh... Dass du weniger äh... Nicht nur! Du bist auch als erstes dran! Echt? Ja. Ja. Ja, mein Pichotto ist Level 3. Oh! Whirlwind will er lernen. Jawohl. Dafür für dein Sand Attack. Achso, ja. Ne, Tackle. Dann hab ich immer noch einen Normal Attack. Okay. Dann sag ich... Und das Battles ist auf. Es ist ein Schnaß. Und ich weiß ja nicht, ist ein Thema... So ist es das Thema Orte. Ich weiß ja nicht, was geht das denn... Ich weiß ja nicht. Also ich weiß nicht, dass du da bist. Hm. Ja! Draußen! Geil. Oh ja. Kein Doppelkomm, fickt euch. Hm? Das ist grad das erste Mal, dass der Nerd... Also, dass überhaupt ein Trainer grad bei mir in Pokémon gewechselt hat. Warte, was? Warte, nochmal, warte. Oh. A Punch of Rowing. Einer will meinen Pokémon bei Powerpunch. Oh. Mach ich aber nicht, weil Powerpunch kacke ist. Ne, Megapunch. Megapunch ist gut. Ist Megapunch ein Powerpunch, ich sag's gebe. Das eine macht mehr Schaden. Oh, ich hab grad Päusen drauf. Fällt mir grad das auf. Ist auch Megapunch. Ich hab nur 5 AP. Das heißt, die werden immer so wenig treffen. Ich hab nur 5 AP. Ich hab nur 5 AP. Ach sooo, World One ist in der Attacke, und damit wechselt der das Pokémon. Ach so, ja. Stimmt. Kann ich mich auch wieder daran erinnern? Ok, hier, 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 hier bekommen wir unser Fahrzeug, ja. Ja. Damit wir hatten, äh, Angeln bekommen. Das geht mir grad mal so. Was hattet ihr schon bekommen, Okun? Angeln. Und wie? Gehen wir irgendeinen Angler an. Ach, hier ist auch unser erstes richtiges Aufeinandertreffen mit dem, äh, Rocket. Sonst hängt es los wie ein Pearl. Ein Ballkauf. Eicke ist ein Fahrer. Hält die Schnauze. Welch Punkt? Hier entfangen. Ne, ist mir P.E. Ok. Da kommt es an. Gratata! Heck! Ich hole mir das Dome-Fossil. Thomas, es waren zwei? Ja, Thomas, du hast das Hexit oder so genommen und ich habe das Dome genommen. Weil ich wusste, dass du rechts gegangen bist, also habe ich das linke genommen. Nein, das Dome-Fossil mag ich lieber. Was im Dome-Fossil kommt, äh... Mal gucken, ob wir tauschen. Ah... So Eckhands. Oh! Es rappen... Ein Mag'Rab. Ein Level Up soll... Hohoho, draußen! Ja. Ein Level Up soll gut zu kommen, bevor wir kämpfen. Ah ja, diese zwei, äh... Die zwei... Kampftypen da, die du da siehst. Hier, äh... Wenn die diese Attacken... Was für Attacken? Mega, okay, gut. Okay. Weißt du, was ich voll scheiße fand? Schon immer an Pokémon. Was? Wenn du in Pokémon ne VM gelernt hast, konntest du die Attacke nicht mehr fair lernen. Echt? Ja, ging nicht. Oh. Wenn du einmal Surfer... ...konntest du es immer. Dein, du hast es halt bei bestimmten Leuten bezahlt, dass sie die Attacke verlernen. Wenn ich irgendwie so groß mache. Ja, das ist doch du. Wo ist die... Oh, ich bin in der Stadt. Endlich. Wenn man... ...nach einer will abkriegen. Gott. Und ich auch. So, ich erlern meinen Pokémon jetzt auch ne Attacke. Mir echt angewöhnen, sobald ich aufgenommen hab, ähm... ...fort, äh, einen Namen überlegen. Weil ich weiß nicht mehr, was wir vor der... ...bei Folgen gemacht haben. Danach machen wir nur ne Folge, oder? Nein, ich bin... Ah. Oder? Äh, ich muss gucken, ob ich schon drei aufgenommen bin. Mein S2. Vielleicht muss... Ah ne, das ist die dritte. Ach, Mann, oh. Ich liebe Pokémon. Okay. Okay. I also can't... Mal. Mal. Okay. Okay. Wie kommt man denn da oben wieder hin? Keine Ahnung. Ich glaub wir sind eingesperrt. Hm. Ne, äh, das ist hier. Nach oben rum wahrscheinlich. Haben wir uns auch in Pokémon-Hein, damit wir einen Kampf machen können? Hab ich schon. Äh, warte. Ja doch, können wir machen. Äh, 1 oder Doppelkampf? Doppel. 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 Haben wir so, wenn ich mindestens 3 Pokémon von ihr down kriege, dann sind wir gleich da. Hm. Jetzt waren wir bei Skype angeschieben. Angeschieben. Oh. Oh. Oh je. Ich darf mal gucken, äh, was es für eine Wirkung hat. Wenn mir den gefallen, äh, mach mal nicht. Oh. 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 Komm schon. Äh. Oh. Ach KOMM SOL. Ah fuck, da war meine Attacke runtergegangen. Warst du ja schon im Pokémon Center, oder? Mhm. Also ja, aber... Also nein, aber... Was? Ich war nicht, aber ich hatte nur ganz wenig Schaden. Dann, ich mein nur, wenn du jetzt verlieren solltest, weil ich aber bezweifle, dann musst du wieder durch die ganze Höhle. Also, wenn dein letztes Pokémon da ist, werde ich auch wenn du dich richtig haben. Nein, nein, ich war doch schon mal drin. Hast du auch dafür, dass du das Joy benutzt? Ja. Hast du das ja schon mal gemacht? Nein, ich wollte Hypnosis machen. Komm. Ja, du hast gesagt, dein Geodude ist Level 8. Am Anfang war's Level 8. Junge! Du hast gesagt, dein Geodude ist Level 8! Ich hab gesagt, am Anfang war's Level 8. In der Höhle hab ich gesagt, scheiße, das ist Level 18. Ich weiß nicht, was die Artikel kann. Ich weiß nie, welche super... Boah, Junge! Ich weiß nicht, welche richtig effektiv sind und welche nicht. Oh fuck, du verlässt das ja auch. Scheiße! Ach ja, genau so! Ich hab auch vergessen, dass meine perfekte Team-Ausstellung Hutut unkleinsteinbar war, weil ich nämlich auch Ding... Da-da-da! Ja! Einen kannst du einschlafen lassen. Ja. Einen kannst du nicht. Bitte, lass mich am Leben! Hm? Mega-Kick! Ne, Mega Punch, Mega Kick. Okay, ich war noch nicht in dem Pokémon Center. Mann! Und was? Dein Pokémon war nicht schlecht eingesetzt. Da wo ich meine... Ich geh weiter. Uh, das ist die Pokémon Arena. Ja, warte, lass uns das in der nächsten Folge. Aber wir können heute nicht mehr aufnehmen oder dann was für eine Ausnahme. Ich überleg grad, weil du ja am Montag so zu mir kommst. Ja, wir müssen eine Ausnahme machen. Weil, ähm... Du hast doch gesagt, am Dienstag auch nicht läuft, oder? Auch gut, aber auf jeden Fall bist du dann zwei Tage bei mir. Gut. Da hat sich einfach einer Ash genannt. Ja, auf jeden Fall erstmal... Ciao, bis zum nächsten Aufnamen. Ciao!